Ich habe ein paar Probleme mit der Sprache, mein Englisch ist nicht sehr gut, mein Deutsch ist besser und ich hoffe, dass ich in den nächsten Monaten lernen kann, dass ich Englisch lernen kann, um alle Fragen zu verstehen und ich hoffe, dass wir ein bisschen Glück haben und dass wir nächste Jahr die amerikanischen Fußballspieler gewinnen können.